Herzlich willkommen zur Oase. Ich bin diesmal die Russin, du bist die Amis. Ah ja. Bifi Boys und Brunskowskis. Und sieht gut aus. Ah, das ist die Map. Legendäre Folge. Verlinken wir euch. Was soll? Machst du aber. Okay. Und wenn nicht, schreib gerne einen Kommentar. Ja. Wo ist die legendäre Folge? Und sonst müsst ihr selber suchen. Ich hab noch nie die Amis gespielt, oder? Doch! Ja, eigentlich schon, ne? Bloß irgendwie die Farbe sagt mir jetzt. Ja, das ist die letzte Runde. Ich dachte es mir, ich dachte es mir. War auch so ein Selbstmordkommando. Aber was ist passiert? Niemand weiß es. Du kommst besser mit der Bazooka, klar. Ich gar nicht mehr. Na, du hast die hier beim ersten Spiel hier wieder ausgepackt. Da dachte ich mir, okay, stimmt ja, das war ja die Noob-Wache. Ja, bloß am Anfang hast du damit nichts hinbekommen. Jetzt triffst du immer. Deinem die Stunde schlägt, das wird böse enden. Ich weiß es. Und deinen eigenen? Wo ist der überhaupt? Gibt es den überhaupt noch? Was? Unfair? Ähm. Ach da, Ninja-Barriere. Ja. Ihr macht dich kaputt! Zwei Punkte. Aua. Und die Brücke auch, Aua. Sehr schön. Und das sind immer noch 37 Grad. Draußen wie drinnen. Hier vielleicht ein bisschen wärmer noch. Terminieren! Aber du wirst nicht sterben. Ja, der mit den sechs Leben. Da hinten, der Rot, der soll... Selbstmord machen? Ja. In den Rücken. In den Rucksack. Ja. Unverschämt. Ja. So bin ich. Ist doch mein Style. Och nee. Schaut nichts aus. Müssen wir jetzt Trickshotten. Gar nicht mal so schlecht wie gedacht. Ja, schlechter ist gedacht. Naja. Kommen wir auf die Perspektive drauf an. Genau. Na, rund schießen wir nicht. Ja, packen wir mal hier. Na, da, so und so, ja. Renn, game, 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 game. Gets doch nicht zu mir. 16. Ah, Vera hat da drauf gelandet. Genau da. Dann wäre er weg. Ich weiß schon, warum ich da stehe, wo ich stehe. Scheiße. Wirklich. Ich habe es mir tatsächlich gedacht. Ja, ich habe tausendmal x gespandt. Ich dachte mir so Hauptsache... Ja, aber noch nicht beim Fliegen. Oh Mann, mir schon gebraucht. Guck mal, wir haben nur noch 16. Du darfst es mir aber auch nicht zu einfach machen. Nicht so gut. Ich wunsch gar nicht. Wir haben saubere Entsorgung, schön aufs Dynamit. Genau. Sieht schon cool aus, bin ich ehrlich. Ja. 4 zu 0. Das ungünstig. Boah, jetzt mal gucken, ob man die überhaupt steuern kann. Ja, kann man. Johohoho, okay. Und wenn explodiert sie. Da, ins U-Boot. Da. Okay, krass. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ne, ist richtig schwer. Die fliegt halt viel zu schnell so. Ja. Ich habe es, glaube ich, nie hinbekommen, mit der irgendwas zu reißen. Ähm. Ah, der ist zu langsam. Oh, dann hätte ich ja auch den hier abschießen können. Quasi, ja. Da zu weit. Ey, wenn du damit jetzt wieder gewinnst, ne? Ja, könnte, ja. Rot, rot, rot. Sechs Punkte, mach das mal nach. Weißt du, du versuchst es ja gar nicht. Wohlverdient gewonnen, wie eigentlich immer. Wollen wir das noch eine Rückrunde machen, auf der Welt? Könnten wir eigentlich machen, ja. Also, nächste Folge gibt es eine Rückrunde. Oder diese Folge noch. Ihr seid wieder dabei. Stimmt, wir sind erst bei fünf Minuten. Ja, dann komm. Okay, neuer Versuch. Bloß für dich halt wieder ein bisschen peinlich, weil dann verlierst du halt zweimal in einer Folge. Ah, okay. Das ist... Ne, dann lass es nicht machen. Dann, äh, nein. Dann, äh, nein. Mit Vergnügen. Näher! Näher! Jetzt! Ja! Natürlich! Ich bin nur seicht draufgeslidet. Darf mich halt jetzt nicht bewegen. Dann muss man mehr essen. Ja. Zu kurz. Äh, ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja, 25. Guckuck. Guckuck. In der Uniform seid ihr aber auf die reinsten Zielscheiben. Wieso ich? So. Dämonen wir uns jetzt aber. Ich glaub, ein bisschen an mir. Ja. War gut. Schönes Spiel. Er ist schmerzlos gestorben. Wo es gerade auch gemacht hat, war er schon wupp. Kannst nichts sagen. Hm. Ja, der läuft. Ja, ja, ja. Okay. Wow, was ein Glück. Jungs, ihr seid heiß. Perspekt. Ach, ja? Ja. Langsam geht die Zeit aus, Kamera. Terminieren. Krass, wie man von dir so gehört hat, den Kont- äh. Ja, ja. Ja, ja. Auch wirklich von der Zeit knapp. Ja, ja. Naja. War da oben nicht einer von dir? Nee. Komm in die Hufe. Komm in die. Felser, Feuer, bereits kippt den. Okay, okay, okay. Wir sind bereit. Oh, dynamiert, dynamiert. Nicht gut. Ja, wa... Oh. Geißer. Willst du einparken, oder was? Das war Selbstmord. Ich bin ein bisschen abgegrüftet. Hä, wie, was? Alles explodiert. Niemand versteht, was hier abgeht. Nein, es ist der himmelblaue Spieler. Ah. Hä? Selbstverständlich. Lassen. Wusste ich, dass es da eine Treppe gibt? Ähm. Natürlich. So ihre Vertigung, Kommandant. Hm. Keine Brücke. Eine Großmutter ist... Ja, geh auf die Kiste. Siehst du, so die Schweinsohren rüber lunzen. Ich habe keine Ahnung, wo du stehst. Einfach mal. Ah. Ja. Einfach mal nicht treffen. Ja. Sehr schön. Das wird lustig. Jetzt lassen die Räser ein bisschen krachen. Jo, ich habe das gemacht. Du hast gedacht, ja. Ist das... Ist das so schwer, die Zustimmung. Das ist krass, sobald du einmal längst verziehst du. So, einfach mal rein da. Ich habe es. Ich habe es. Wird er? Ja, sieht gut aus. Alter. Ich dachte du hattest die Brücke abbekommen. Weil wir wirklich alle Minen hast du mitgenommen. Jetzt kannst du ein gefahrlose Lamm trampeln. Wie steht's? Hierzu. Für dich. Ja. Denk mal drüber nach. Okay. Ich sage, du triffst dich selbst. Ach. Du wirst zu brei gemacht. Und hilf. Haha. Hab mich nicht getrunken. Schon. Ja. Eie. Ähm. Nur noch Sekunden. Denn... Vorsicht! Du hättest... Du hättest... Was war dein Ziel? Du hattest da sogar noch Zeit. Ja, ich habe vergessen zu zielen. Ich habe ihn falsch mit mir aufgedrückt. Sehr schön. Oh Mann. Du hättest den Sack zu machen können, ne? Ja, ne, ich glaube... Aber... Bewege deinen Schinken! Das ist alles Schwachsinn. Einschlag in 5, 4, 3... Guck dir die Zeit an! Sehr knapp. Nur das ganze Spiel mir nicht. Naja, also... Jetzt mache ich's zu. Hoffentlich. Ja. Ja. Ich hab's nachgemacht. Also eigentlich wäre ich jetzt für eine Revanche, wenn ich ehrlich bin. Es sagt die Zeit. Haben wir jetzt nochmal in der Zeit schaffen? Ist jetzt Gleichstand, ne? Mhm. Haben wir noch eine lange Folge. Oder es gibt's nächste Folge. Na gut. Die Revanche. Bleibt spannender. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns in der nächsten Revanche. Das wird echt hart, weil wirklich 1 zu 1. Die Karte ist halt echt der Hammer. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.